jetzt sind wir beim nächsten opening monty python part 2 ich hab's euch versprochen ihr bekommt monty python part 2 das erste war sehr sehr cool das hier ist aber tatsächlich mein favorite das erste war coolere artworks hier sind die besseren karten drin also wenn ich das erste schon gefallen hat das hier ist noch cooler lustigerweise anführungsstrichen lustig sind hier nur vier karten drin beziehungsweise eine verborgene karte damit vielleicht fünf karten aber halt ja irgendwie ja find ich es weird dass es unterschiedlich anzahl an karten sind while she turned me into a nyat nyat i got better okay oh wow einmal der doppler effekt entsorge die mal weg sind so gucken wir uns die karten an ich pack das mal weg und zwar haben wir fünf karten also vier karten und eine geheime karte unten drunter und die schauen wir uns jetzt mal an weil wie gesagt dieses ding hier finde ich persönlich cooler wie das andere und das andere war schon sehr sehr cool hier gefallen mir die artworks nicht ganz so krass what is your favorite color the bridge of the death ja das ist eine draw to nothingness wo man halt den gegner das spiel verlieren lassen kann tatsächlich das ist ganz nett dann haben wir ein aschnotz alter karten hier in diesem ding wirklich wirklich stark dafür wie gesagt die artworks für mich nicht ganz krass also hier natürlich cool mit der dame und dem vogel und so dass das ist und so aber dann haben wir castle of ark das dark depths ja ice counter hat nicht mal ein flavor text finde ich wieder um sehr sehr schade ist halt ein großer effekt aber es ist castle of ark enters the battlefield immerhin haben sie das da ein bisschen gemacht aber es kreiert immer noch in marit lage es wäre cool gewesen wenn sie dann an token macht hätten dann haben wir natürlich den marit lage the black beast of ark also es wäre cool wenn 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 das castle von ark das black beast von ark erforder würde und nicht eine marit lage ja run away run away ein lustiges 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 ding sehr schöner token tatsächlich sehr sehr schöner token und als untere karte haben wir ein killer rabbit of care bonnock ein karsetricks kersetricks kersetricks vier mana vier vier erschlag zumindest abgibst wenn der gebt da keine kraton kontrolliert fügt dass die aufschlangen zu sehr sehr cool sehr sehr stark tim denchanter sagt das auch sehr sehr cool das killer kaninchen das gute alte killer kaninchen ja das sind die karten das sind diesmal wie gesagt ein paar wenige karten weil dark depths halt eine relativ teure karte ist und deshalb sie gesagt haben dann packen wir eine karte weniger rein aschnurz altars auch nicht so günstig und ja wie gesagt stärkere karten weniger karten hier ist ein kleiner flavor fail auch wenn ein cooler flavor mit drin ist alles in allem muss ich sagen sehr sehr cooles secret layer monty python bin ich großer fan von finde ich großartig mag die filme und die bücher aber was halt ihr davon sowohl von monty python 1 als auch von monty python 2 könnt ihr meine kommentare schreiben und an dieser stelle vielen vielen dank an meine patrons ohne euch wäre sowas hier nicht möglich ich habe dieses secret layer gestellt bekommen von leon vielen vielen dank an dich an dieser stelle aber auch ohne meine patrons werden videos aktuell nicht möglich nur dank euch kann ich das aktuell mir leisten diese zeit mehr zu nehmen und zwar und so fort deswegen vielen 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 dank an euch und vielleicht wollt ihr mich auch unterstützen vielleicht mögt ihr meinen content vielleicht wollt ihr dass ich noch mehr mache noch mehr als fünf videos die woche oder sieben videos die wochen sind aktuell und ja dann könnt ihr mich gerne bei patron unterstützen ab drei euro können mich im monat unterstützen und wenn ihr es nicht könnt daumen nach oben da lassen abonnieren liken ihr kennt das ganze leuten zeigen wo ihr wisst diesen monty python fans und wollten mal ein opening davon sehen hier habt ihr ein opening der secret layer und ja ich hoffe ihr hat spaß sind's beim nächsten mal bis dahin euer flexit ciao ciao